Hallo Leute, ich dachte mir mal so, ich mache eine kleine Fußball-Challenge. Ich versuche mit diesem Ball hier in den Ranzen da zu schießen. Mal gucken, ob ich es ja schaffe. Let's go. Fuck. Fail. Ich bin so schlecht. Wird jetzt schon der totale Fail. Nein! Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Geht's noch? Okay Leute, ich schaffe es nicht. Ich bin einfach zu schlecht. Also, haut rein und tschüss. Mit Ö. Geht's noch nicht. Vielen Dank.